Moin, sinds für eine neue Folge. Entschuldigung, dass die letzte so abrupt abgebrochen wurde, aber ich will nicht mehr so lange Folgen haben. Oh Gott. Und tschüss. Und tschüss. Bitte. So, jetzt bist du weg. Tschüss. So und so. Schon wieder fast Level ab, ey. Okay, man leicht weg. Okay. Tschüss. Jetzt komm runter. Danke. Danke. Dein Ernst. Ich hab ne Luftanzeige, wenn ich da stehe. Gut, da komm ich noch nicht hoch. Du hast einen Speicher. Ich bin grad per Zufall gesprungen. Erstmal die Schleime töten. Okay. Ich wollte schon sagen. Hä? Darum schon wieder ne Kiste, wo ich wieder nicht rankomme. Gibt's hier häufiger. Gibt's hier häufiger. Weg mit dir. Los komm, ich brauch nur noch ein paar Level. Ein paar Erfahrungspunkte. Na los. Na los. Da unten liegt so viele Herzen. Oh Gott. Ah. Level ab. Zum falschen Zeitpunkt. Spiel. Ich bin gegen diesen Scheitschleim schon wieder fast tot. Gut. Gut. Instant Lava und Stein wie abbröckeln. Oh Gott. Wie tief geht's denn hier noch? Ah. Okay. Stopp. Ha. Noob. Jetzt springen wir mal richtig, Kollege. So. Dumm. 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 Und. Hoch. 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 Ich muss mich hier komplett konzentrieren wieder. Ja. Ist ja okay. Ich warte. Da kommt noch ein Vierter. Hervorragend. Ja. Wird auch ein Fahrstuhl. Warum auch immer. Also ich meine, warum auch immer hier es bewegende Platten gibt. Ich mache mir langsam Sorgen um Manfred. Großer, fieser Treu. Mein Liebling. Was? Liebchen? Was? Ne. Mein Liebchen. Euer prallen Muskeln lassen mich erschaudern. Lass mich frei. Ich bin nicht euer Liebchen. Ho. Jemand ist gekommen und hat mein Liebchen gestohlen. Aber mich werden sie nicht erwischen. Was? Sieht so aus, als bräuchte Manfred unsere Hilfe. Sieht so aus, als ich dachte, wir werden hier Mario spielen. Ja, klettert einfach die Leiter hoch. Okay, 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 okay. Ich will ihn jetzt noch nicht nehmen. Ich muss erstmal gucken, wie man am besten auf Stacheln landet. Okay. Okay, okay, manchmal, manche sind so ein bisschen weiter weg. Fuck. Manche sind näher dran. Ah, okay. Hab dich. Ach, mein Liebchen. Eure Freunde sorgen sich so sehr um euch. Ich hab auch niemanden... Was? Ich hab... Was? Ich aber auch. Niemand kann uns voneinander trennen. Ah, okay. Auf jeden Fall muss ich nicht so nah ran. Und das finde ich schön so. Wir raten, da geht jetzt wieder... Ne, da geht wieder runter. Ne, da bleibt oben. Springen ruhig durch mich. Das macht auf jeden Fall nicht mal so viel Schaden, oder? Ich kriege einfach nicht so viel. Aber das ist, weil ich ihn dort die Herzen einsammeln. Ich weiß es nicht. Schau mal. Dum Dum, 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 dum. Na Manni! Alles gut, ähm. Ich hoffe, da hat dich nicht zu sehr unsittlich berührt. Tut mir leid, Kümpel. Ich mach's mit der Jüt. Ich schüppte meine Kohle aus. Danke. Euch allen. Ich. Ich weiß nicht, was ich ohne euch getan hätte. Was sagt ihr da, Manfred? Ihr hättet doch genau das gleiche für Shikoya und mich getan, nicht wahr? Ich bin so froh, dass wir euch von diesen fiesen Troll-Ritten gerettet haben. Mit seiner Maske und seiner Keule, brrr, gar nicht auszudenken, was er euch angetan hätte, wenn wir ihn nicht eingegriffen hätten. Darüber würde ich lieber nicht mehr reden. Erwähnt es nicht. Ich habe den ganzen Vorfall bereits vergessen. Shikoya. Sonst hat er mal gesagt Zolz. Nee, okay. Mit dieser Leiter sollten wir es aus der Höhle heraus schaffen. Ich glaube, wir könnten das Training als abgeschlossen betrachten. Wunderbar. Wir könnten am Turnier teilnehmen. Oh ja, erstmal raus und auf zum Turnier. Oh, muss ich jetzt wieder hier durch... Oh Gott. Dum 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 dum. Natürlich sind die wieder da. Einfach durchrind. Einfach durchrind. Aua. Einfach durchrind. Ich frage mich trotzdem, was die für Artefakte meinen, die die brauchen. Ich meine, hier kriegt das Eis-Ding. Sie ist aus Eis. Ja, was heißt hier? Sie ist die Eis-Espur. Shiva. Wenn das Final Fantasy-Anspielungen sein sollen, dann ist sie Shiva. Ich kann mich hier nicht heilen. Genau. Heilung? Nee, auch kein Speichern. Okay. Unser Boss bereitet sich auf das jährliche Turnier vor. Wenn ihr genügend Kampf gewonnen habt, kennt ihr... Achso, ja. Wir müssen uns ja erstmal fürs Turnier anmelden. Und dann gleich mal nochmal gucken, ob wir... Warte mal, das Turnier? Der Typ steht... Okay. Hallo, seid ihr euch nochmal... Ja. Möchtet ihr das Turnier-Regeln hören? Ja. Was möchtet ihr wissen? So funktioniert das so. Das Turnier besteht aus individuellen Einzelkampf-Duellen. Ehe ihr den Bosskampf bestreiten könnt, müsst ihr alle sechs Krieger besiegen. Wer als erstes den Boss hat bezwingt, gewinnt den Preis. Dieses Jahr ist der Preis so ein antikes Ding, das wir beim Bullen im Tunnel gefunden haben. Was möchtet ihr wissen? Äh, Duelle. Bei einem Duellen müsst ihr heilige Juwelen ausrichten, um Energie zu sammeln. Mithilfe dieser angesammelten Energie könnt ihr dann Spezialangriffe durchführen. Da ihr noch ein Grünschnabel seid, könnt ihr eure Freunde bei Spezialangriffen um Hilfe bitten. Wenn ihr euren Zug beendet habt, ist euer Gegner an der Reihe. Um ihn zu bezwingen, müsst ihr ihm sein gesamtes Leben nehmen. Vergesst nicht. Nur Ware von der großen Schildkröte ausgewählte Kriege erhalten und endliches Leben. Also ne, nur Ware von der Schilde, ja. Nur wenn wir ja ausgewählte sind. Was möchtet ihr wissen? Tipps. Wenn ihr mindestens vier heilige Juwelen ausgerichtet habt, könnt ihr sofort wieder spielen. Verhindert das, ne, verhindert, dass stattdessen euer Gegner vier Juwelen ausgewählte. Haltet Ausschau nach Juwelen, deren Farbe euer Gegner nützlich ist. Ist das jetzt viel Gewinn oder was? Oh, das Signal. Das Turnier hat begonnen. Viel Glück und bleib stark da draußen. Jo, danke. Aber wir gehen da noch nicht hin. Ich will jetzt erstmal nochmal ganz kurz unten zum Zwergenausrüster, äh zum Wigginger, äh, äh, Handelsposten, Gedöns. Und, äh, will mal gucken, was es hier Schönes gibt. Äh, richtig für euch kaufen. Brauche ich nicht. Die Bendinger brauche ich. Fingerrüstung optimal für lange Winternächte, nicht ganz so ideal für eine Verabredung am Strand. Ja. Endlich etwas Bequemes. Oh. Angriff minus vier, Verteidigung E. Oder was? Verteidigung E? Äh, was haben wir denn hier? Was haben wir eigentlich gerade? Wir haben, ach ja, Winterstiefel und das, ja. Ich weiß nicht, wie die Verteidigung ist, von wem es besser ist und weiß ich nicht, weil hier kommt man das später hin, also müsste die Verteidigung eigentlich besser sein. Habe ich doch. Wir haben gesagt, Krieger besiegen, bevor ihr gegen unseren Boss ankämpfen könnt. Ja, wo ist denn das Ding? Äh, sollte zum Duell bereit? Ja. Wie viel Zeit bleibt uns eigentlich, um was auszuwählen? Nass genug. Okay. So, damit war so seine Attribute. Weil das eingefroren ist, oder was? Äh, das müsste dann auch nicht gehen, wa? Ja, genau. Hm. Das ist nicht doch mal ein ganz neues Spielmodi und ich finde es geil. Also es gibt schon verschiedene, die genauso aufgebaut sind, aber für mich ist es jetzt erstmal was Neues. Also ich habe es schon öfters mal gesehen, aber ich habe es ja wohl noch nie gespielt. Na komm, dann machen wir dich mal weg. Keine Bewegung. Alter, dein Ernst? Mach einen ruhigen, Alter. Wir brauchen... Ah, und da unten steht man eben halt für die Spezialattacken. Also da, also für sie brauchen wir vier Grüne, äh, sechs Grüne und drei Blaue für ihn. Okay. Mal kurz durchgucken, was haben wir denn hier Schönes? Plötzlich klingt nichts. Da hat mir klatscht. Ich habe nichts gesagt. Äh, er hat jetzt einen Spezialattacken eingesetzt. Wie kann ich das jetzt machen? Ah. Sie kann eine ganze Reihe wegputzen. Kampf verlassen. Nein. Okay. Was hat er denn zu viel? Was hat er denn zu viel? Okay. Er steckt das System zwar noch nicht, aber okay. Ähm. Geld wurde zu Gold. Da greifst du ruhig weiter an. Und dann... Dann steht er vor 16 Schaden, friert ein Zug lang feindliche Krafte, Kräfte ein. Zerstört eine Linie, verursacht sechs Schaden. Und halt fünf Atel pro Grün ist zu wählen. Oh, nice. So. So. Machen wir normalen Angriff? Ja komm, machen wir normalen Angriff. Aber sonst geht's doch noch gut, ne, Kollege? Ach komm. Du bist eher in der nächsten Runde weg. Das ist interessant und macht Spaß. Mein Kompliment. Mich hatte schon seit einer Weile niemand hier besiegt. Ich muss gegen sechs Leute gewinnen. Okay. Komm, in den Kampf machen wir noch. Und dann noch etwas mit dem Port. Seid ihr zu. Und zwei Duell breit. Ja. Okay. Du, 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 du. Ach komm, mach mal dich. Your turn. Macht euch bereits für ein Du, 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 ey. Äh. Schreibt mal an. Ähm. Sehr schaden. Nichts. ein bisschen Geld noch hier ein bisschen Money we spawn ich mein Geld braucht man immer äh sie kann schon mal was machen aber das ist erstmal sinnlos nein ich will davon nichts einsetzen ach jetzt geht da schon was los heilen wir uns obwohl es nicht zum heilen gibt du bist irgendwie schwächer als dein Gegner vorher weißt du das äh ok dich können wir jetzt einsetzen so und dann haben wir noch ein bisschen Geld mit und den Angriff natürlich dann nehmen wir dich du 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 du